Hallo und herzlich willkommen zum Neustart meines Kanals und ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt kein gutes Gefühl, weil der Neustart unseres Kanals wird mit Dark Souls beginnen, ein Spiel, was ich schon einige Male gesehen habe und vor dem ich, ehrlich gesagt, Höhlenrespekt habe und keine Ahnung, also es wird blind. Und wir wissen gerade Freude und Hass zugleich, Freude, dass ich Dark Souls spiele, Hass, ich spiele Dark Souls, das ist nicht gerade beliebt für Freundlichkeit. So, ich habe jetzt auch schon mal alles angestellt und ich muss sagen, wir fangen einfach mal an, ich spiele auf dem PC. Ehm, ist die Film oder Sichtbarkeit, ob die Sache unsichtbar ist. So, ich komme aus mir hier auf 5, das reicht. Ehm, Kamerakschendigkeit, ähm, da Bring-Wann, was ist denn Wand-Meidung? Meidung,ар, Musik, Stimmen, na na na, Besten, na na, das machen wir erstmal aus. Das stimmt alles soweit. Wer ist die? Gehen. Linke Stern, okay. Ah, Charakterstellung, schön. Name gehen wir nennen uns. Magic's Play Area. Geflecht. Schlecht. Was ist denn noch, bitte? Moment, klasse. Oh, Stärke, wirklich. Ja, du. Oh, man kann ja den, ach so. Ja, das ist also der 0815 zu best. Kleriker, Pyroman, Zauberer. Der Krieger ist natürlich ganz schön sehr geil. Der Krieger gefällt mir. DT, Zauberer. Ritter. Zaubert ist mir neu. Stärke, Beweglichkeit, Resistenz. Ich nehme den Krieger. Gute Versiegen. Du bist nicht ganz klein. So, normal, schnitzig. Herzlich. Wir nehmen hier den Normal... Was ist denn das für ein Gesicht, ey? Oh, küss dich. Ah, komm doch nicht mehr. Ich versuche mal. Komm, krall rasiert. Kann doch nicht, ich habe die Knarre, also. Oh Gott, ich werde es bereit. In the Age of Ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The witch of Izalith, and her daughters of chaos. Gwyn, the lord of sunlight, and his faithful nights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods. Gwyn's mighty gods ruled apart Western scales. The witches weaved great firestorms. Gwyn, the witch elves too. Nito unleashed a biasbar of death and disease. And Seath, the scales betrayed his aim. And the dragons were no more. Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade and only dark will remain. Even now there are only embers. And man sees not light but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed illicit dog sign. the dark sign brand is the dark sign who brands the undead. And in this land the undead are corralled and led to the north. where where they are locked away to await the end of the world. this is your fate. this is the this is the 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 Boah, alter. Ähm. Hatten wir Kurser zu suchen. Moment. Okay, ich bin gerade irgendwie wieder Steuerung am Grübeln. Weil ich hier auch irgendwie kein Escape habe. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Steuerung angesehen. Also scheiße, ist die Kamera schnell. Moment. Alles soweit ganz. Hübsch. Ein bisschen zu schnell. Ah, zu langsam. Ja, das sind jetzt die Sachen, mit denen ihr euch halt, äh, wofür ihr euch gedulden müsst. Ah, das ist, das geht. Ich habe den Kurser auch völlig ausgeblendet. Ich würde auch schon aufgucken, der da lag. Ich habe den Kurser auch nicht zu schnell. Das kommt mir irgendwie so schnell vor. Das ist eine Nachricht. Nacht. Achso. Achso. Rechtersteuer. Das ist jetzt für die Konsole. Da war ich denn Konsole steuerung hier drum. äh, alles klar allerdings haben wir auch unsere Ausdauer oh, die Seelen heiß unser Leben groß und böse linker Stick plus E halten äh, huch äh, kurz gucken, was war das denn? oh, war das interessant Sprint noch Rollenrückschritt, Aktion, Geste, 1, 2, 1, Angriff leck mich da, also ich werde echt noch mal einen Spaß haben alles klar gib ihm Gott was haben sich die denn äh, so flog, dann kann man nicht Nein, jetzt hinter uns. Läufer rasten, regenerieren. Okay. Das ist aber sehr begehungsbedürftig, muss ich sagen. Also hier kann ich nur rasten. Okay. Jo, und was jetzt? Also da müsste der dicke Typ hinter sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Maus stört mich so sehr. Soll ich mal kurz nachgucken, wie mir die ausblendet? Äh, Moment.